so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge miss survival und jawohl und ja ich habe auch schnell noch also aufnahme pause auch stöcke gesammelt und aber die tomaten was eigentlich das letzte mal so sie schläft doch ganz komisch und sie schläft fremd also es ist gar nicht ihr zimmer aber sie schläft hier drin aber sehr merkwürdig und ja das sollte echt mal gefixt werden bevor jetzt ist neue update rausbringen soll die erste sparen fixen was die gut so das machen wir noch mal schnell das hat man ja schon in der letzten folge gemacht jetzt machen wir das noch mal komisch gepflanzt jetzt alles habe ich jetzt gleich mal weglassen soll hätte es mal wo hatten wir die sami hatte doch im letzten letzten video hatte ich doch schon ein paar sami gefunden und ach hier waren aber jetzt zehn tomaten also können wir zehn beete anpflanzen erzählen beete machen ja wollte ich das mit den sticks machen da muss ja früh am urchen da sollte ja nicht gleich der nebel kommen essen reicht auch wenn ich die sticks gemacht habe speichere ich und kann man das nicht so mit dem mausrad drücken oder ja da kriegen wir ein paar zusammen so 28 schön schön so wenn wir das fertig haben werden wir zwei seite wach so bequem wie ihr geschlafen habt wahnsinn das hier fertig mal sehen wie weit bekommt die autos die stellen wir dann einfach raus wenn wir soweit sind durch machen wir zum schluss ja da liegt eine feder war jetzt da ist der nebel das war doch eins also ist er noch nicht heftig genug in schaffung vielleicht noch aber jetzt nicht ob es was ist doch was wir gleich machen wir holen und sperren um sie denn immer die tore auf machen das gleiche jetzt noch einmal aber machen das vorher dies war machen das vorher so ein wochen machten ihr die tour auf da ist schon gut wie ist er kaputt genau machte kaputt kaputt gegangen der lach freund schon dort hat er hier rein kam hast du den abgeschaut ach so die schießen denn ja mal ab noch mehr nein 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 geh weg die jedoch jedoch weg in bestimmten abgeschossen hallo stirbt ja moment ich komme immer noch mit mit ein lachen oder schön seils müssen wir echt noch wieder uns ein bisschen mal gleich werben machen und da kommen wir uns wieder hier so bückel das fleisch machen hier noch ein schießpulver tanke 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 ganz abgeschossen hier ein bisschen ganz gut so schön schön position machen jetzt haben wir den masses ακ da ist der nächste macht den schwer schnell rein sch hacking m und es hier drüben noch eher noch bis dahinten jetzt hier euch nein ich gehe hoch das ist noch mehr wir müssen uns vielleicht hier noch ein gitter paul die tür sowas hat das andere da hinten sind die alle hier noch zumindest eine kartoffel machen röstkartoffel oder auch mehr ja wir haben keine angst mehr für euch außer wenn wir sterben natürlich ist so hey hey off wo es wird ich treffte immer nicht und wird doch schießt wohl vor da ist es weiter zu gehen jetzt speichern mal stimme ja ich weiß ich bin die mose schön hat was gemacht hat und schön abgeschossen ist ein cool da muss die persönlich abschießt habe ich den von hier näher ich bin im imosa ich renne hier hoch da macht doch neben der moniker hier das salz und zucker können unsere eigenen alkohol langsam machen hier es macht euch mich auch die blutpartie hier hinten nicht nur nein 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 das macht ja spaß da kann man den nebel ja mal richtig ausnutzen ich bringe recht gut gut hilfe 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 zu er ist hier drin nein aus dem klick haben wir gespeichert da war ich zu langsam oder war ganz woanders auf aber das macht ja richtig spaß doch die leute wenn es heute aber das macht doch nicht spaß oder das gehört dazu und wir haben eigentlich ganz gut gut hoffentlich habe ich mit der kiste noch gespeichert die man gekriegt haben die können wir dann viel brauchen wenn das neue upgrade kommt wenn das kommt und wir können den spielstand bei behalten dass wir das wir alles nutzen ich will mal gucken hoffentlich haben wir das mit der kiste weil die ist eigentlich schwer ach natürlich nicht wir sind einfach eindeutig zu langsam aber die tür zu piste denkt oder dahinten das ist doch schön glaube die haben alle genutig ja immer das ist so nur hier abgespeichert der licht das ist so gut so kann man ja nicht stapeln er hat mal abgespeichert ja 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 so good party wo sind sie denn? brauche wir mehr so hier gehen wir hier gehen wir da liegt noch einer immer ausgenommen ist der weg Was ist denn hin? Oh, lecker doch da. Oh, oh, hier ist einer. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Den haben wir schon weggeschmettert. Den haben wir ja cool weggeschmettert. Zucko. Jawohl. Zucko, eine Glasflasche. Wir machen hier eine reine Lootparty. Noch immer in euch wo. Der Kehl. Lootparty. Da lag noch eh noch, ne? Oh, ich mal gucken, wo eh noch ist noch. Er hat natürlich nix. Da muss er nicht gekillt haben. Aha. Sind noch welche? Wir brauchen noch welche. Sind überall die Sperre rum? Gehen die auch immer weg? Oder bleiben die liegen? Sehr gegen mehr. Sehr gegen mehr. Wenn ich daran denke, wo wir das erste war, hat man so Angst vor dem Viecher. Die haben immer noch, aber durch die Sperre. Weil die gehen schneller taunen, als wenn wir draufstehen. Ja gut. Geht auch nicht. Aber die gehen so fix taunen. Eigentlich braucht man nur Sperre für die. Ist besser als so ein Gewehr oder was? Sag ich mal. Das geht nur mehr. Da können wir noch schlafen gehen. Da können wir den Nebel wegschlafen, oder? Ne, den schlafen wir nicht weg. Da haben wir noch hier so ein paar Sperre mit. Da können wir dann einlauchen. Den hat man auch. Ne, das geht nicht mehr. Hier ist ein bisschen gut. Ne, da machen wir noch die paar Äste. Dann müsste es ja eigentlich so ein Nebel um sein, weil das sind keine mehr. Oh, wir sind schon bei der Kleine am Ende des Videos. Dann nochmal schnell zurück. Die paar Äste noch mitnehmen. Zweige. Dann nochmal zurück. Ist ja nicht schlecht gelaufen. Bis auf den Ehen tot. Doch, dass wir immer hier sturmt sind. Ach, wir sind überfüllt. Echt? Äh, nö. Haben wir euch nur sperrt der... ...den jötiger Musik aus. Nehmt da lieber den Zweig mit. Will mal was gucken. Ich hatte nämlich vorhin so ein Phänomen gehabt. Aufnahme-Bause. Lach dann hier. Genau. Fliegen hier bitte überall Äste. Ich habe nur eine Runde gedreht und Federn lachen hier bitte. Ja gut, jetzt sind es, äh, hier, zwei, äh, nicht Zweige, sondern Stöcke. Gut, ich will das jetzt noch schnell machen. Hätte auch daneben vorbeilaufen können. So, dazu. Ah, die machen wir jetzt noch hier. Dann können wir das nämlich im nächsten Video. Genau im nächsten Video machen wir das dann. Vorhauen wir die ganzen Sticks. Und so. Genau. Und ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Zusehen. Für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Und... Tschüss! Also, ich werde mich für euch im team-